So, mitten in der wunderschönen Wildnis haben wir jetzt auf einem kleinen aber feinen Server ein kleines Zellchen aufgestellt. Ein ganz kleines. Und da haben wir BABOOM! Scheiß viel Zeug drin. Ja BABY! Hehehe. Sau geile Scheiße. Die sieht richtig geil abgefuckt aus. So wie es sein muss. Herrlich. Ja und halt, ich weiß nicht durch den Bug wahrscheinlich. Ich weiß nicht genau ob es ein Bug ist, aber durch die neue Loot-Verteilung spawnt extremst viel M9, äh 9mm Muni bzw. Magazine für 9mm. Ich hatte hier noch 6 Stück 30 am Markt drin. Aber die sind weg. Hier war mal einer drin in dem Zell. Also ich hatte es erst woanders stehen. Aber jetzt ist es natürlich, äh, habe ich es umgestellt nachdem ich es bemerkt habe. Äh, ja jetzt hier natürlich die Magazine für die MP5. Aber die PM73 ist genauso geil. Die ist fast sogar noch besser möchte ich sagen. Präziser. Man kann natürlich nichts drauf machen. Ähm, kein Schalldämpfer. Obwohl Schalldämpfer weiß ich gar nicht. Ähm, und keine Visiere. Aber dafür ist sie zum, für einen Häuserkampf ziemlich gut. Und sie spawnt eigentlich in jeden, äh, in jeder Police Station. Mehrmals wird sich wahrscheinlich auch noch ändern. Ja, Pressewesten natürlich. Alles was man so braucht. High Cap is the West. Anbänder. Klaren Anbänder. Essen, trinken. Alles dabei. Das wird natürlich nicht die einzigste Zeit sein, was hier bleibt. Und, äh, ja genau. Mal schauen. Was uns noch so erwartet.